Kripper-Fan. Ja, Milena kümmert sich drum. Komm, please, Cheater Max und so, schreibt sie. Und dann XD. Meint sie jetzt, dass ich cheat, oder? Über den, über den. Ja, ich weiß. Noch einer. Hast du den? Ja. Stabil. Erstmal, äh, Eisenblöcke. Wie schaut sich's an? Was? Also eben hatte der ganz am Anfang richtig obviel safe war. Der ist einfach durchgebaut, da richtig. Obviel. Hat die, ähm, ist die Supporterin, oder? Ne, Guardian Stuff. Also Mod. Ja. Genau. Habt ihr meinen Erfahnen? Nein. Mit Premium Plus? Sicherlich nicht. Äh, der springt dir nach, der springt dir nach, der Gelbe. Ist aber gut, dass du den nicht down hast, weil jetzt bin ich gegen einen Gelben in der Base. Ah, jetzt ist der Zweite auch noch da. Äh, die nehmen's da. Äh, die nehmen's da nicht an. Ah. THX. Ist der gewann? Ich glaub ja. Ich hab aber keine Coins bekommen. Also ich hab keine Coins bekommen. Ich auch nicht. Nee. Der hätte es einfach geliebt. Auch sein, aber... ...warum sollte der lieben? Keine Ahnung. Hä? Nein, Alter, Mann, er ist nicht geflogen, obwohl er Nocturl war zum Kack. Es kann sein, dass ich jetzt Probleme in der Base bekomme. Ja, ich bekomm Probleme. Ich hab grad zurück. Oh, noch ist alles super. Okay. Na, den hab ich. Was? Achteinhalb Herzen. Der auch. Schön. Ah, schade. Jetzt hab ich da keinen Wack angezogen. Ja, jetzt noch gegen die zwei. Bau mal einen OP gegen die. Also so einen Leichten von deren One-Stack aus. Base ist 100. Ja. Ja. Ja, mir dauert es noch kurz. Ist da. Ja, alles easy. Willst du den zweiten haben oder soll ich töten? Ähm, ich, äh. Ja, okay. Was? Gönn ihn. Gönn ihn dir. Jawoll. Gönn ihn. Gott sei Dank. Ja. Rit.